Liebe Hire-Fans, in einer schwierigen Zeit lassen wir nichts unversucht, um den Fortbestand unserer Eishockey-Tradition zu sichern. Wir als Mannschaft sind uns dieser Verantwortung bewusst und mit eurer Unterstützung können wir es schaffen. Liebe Hire-Fans, liebe Kölner, liebe Familie, Freunde und Bekannte, für den Eishockey-Standort Köln brauchen wir jetzt eure Unterstützung. Wir als Hire-Familie versuchen alles uns spielen zu können. Sichert euch jetzt eure ImmerWigga-Tickets www.immerwiga.de und helft dem KIC. Kau dir deine ImmerWigga-Tickets jetzt!